Kilokastation 600 noch was. Ist ja bald wie in der Antarktis. Da haben wir schon ein paar hundert. Okay, her. Na dann baue ich in der Zeit mal hier Gera, Berlin an der Elbe. Ja, ist ja logisch, ist ja logisch, hätt ja sein können, ne. Wie soll ich euch denn den Fortschritt bringen? Okay. Okay. Kommt mir aber langsam vor mit dem Geld machen. Ging es wohl nicht? Oh, wie schneller? Schienen sind wir immer noch bei elektrisch. Okay. Zug 7. Oh, da weißt du. Okay. 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 Was ist das denn überhaupt aus? ja minus gemacht hat Personenzucht dürfte ja aber der da gefällt mir nicht Zug 8 So darf ich nicht vergessen Oldenbrück Zug 8 Ach da ist auch kein mehr Die Notlöschen da hat er nichts mehr Erlangen an das Sprühbergwerk auch nichts mehr Und das hier dann bloß noch Schwein von seiner Sprühbergwerk Pech so Oh was ist das du hast gesehen da war doch ja das geht ja gar nicht Bist du da Das ist natürlich blöd wenn sie nur minus machen das ist natürlich blöd ne 5 Aufträge So wo bist du denn überhaupt Ja Wird ich mal wieviel Bande wir weg machen können da vorne Ich fahr mal da Ja Ich fahr mal da Ich fahr mal da Ich fahr mal da Da ist ja auch nichts. Da ist ja überhaupt kein Anschluss und nichts. Gar nichts. Von hier aus kommst du auch nicht wieder hoch. Quatsch. Der kann eigentlich raus. Der ist ja witzlos. Kann ja sein, dass er wieder irgendwas aktivieren oder so. Das war's. Das war's. Ja, fahr mal. Auf jeden Fall wirst du jetzt mehr Plus machen als vorher. Jetzt habe ich das weggemacht. Jetzt habe ich das weggemacht. Und ihr müsst mir Geld machen. Das war am Rand. Das war an diesem Rand. An diesem. Ja. Oh. 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 Vielen Dank. 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 Hier können wir ja einen Ölzug und einen Passagierzug fahren lassen. Sie bringen ja beide Geld. Und wenn eine Plattform wegfällt, egal. Dann ist ja im Moment nicht so, dass dann keine mehr da wären. Okay. 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 Okay.